Lippe! Hennen Sie mich nicht immer so. Entschuldige, was? Ich sag dem, hennen Sie mich nicht immer so. Lippe möchte uns was sagen. Sprich lauter, Lippe. Bist du einer von den Behinderten? Ich soll dich nicht Lippe nennen, aber du hast ne komische Lippe. Gibt's dafür keine OP? Die Narbe ist von einer OP. Du meinst, dass es vorher noch schlimmer war, oder hat's der Arzt versaut? Können Sie jetzt bitte das Thema wechseln? Lass den Gesichtstattoo machen. Stich dir ein Auge aus. Wer nennt dich Augenklappe? Nein, lass es. Trotzdem siehst du dann aus wie ein Freak. Willkommen bei Cobra Kai. Eli, was ist passiert? Ich schreib das Drehbuch rum. Bist du etwa die Junge mit der Lippe?